Cool, da ist der. Sehr gut. Komm, 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 komm. Der hat mich, glaube ich, noch gar nicht richtig bemerkt. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, komm. Hallo, hallo. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder zu einer Runde Endergames reinschauen möchtet. Ich bin jetzt hier in der Lobby und wollte euch einfach mal meine tollen Stuts zeigen, weil ich schon das letzte Mal in einem der Kommentare irgendwie gelesen habe. Ich werde ja schon der volle Pro. Also ich habe es ernsthaft schon unter die ersten 100.000 geschafft bei den Endergames, was für mich schon insofern eine sehr, sehr große Leistung war, sag ich mal, weil ich halt vom Anfang wirklich Probleme hatte und wenige Kills gemacht habe. Ihr seht es ja vielleicht auch immer noch an dem Kill-Death-Ratio. Da bin ich ungefähr so dabei, dass ich halt vielleicht in jedem vierten Game mal einen Kill mache oder so. Und die Kills sind ja die, die dann im Endeffekt auch zählen. Das habe ich jetzt sowieso großartig. Ich habe totales Glück mit diesen Kissen. Nee, die ist jetzt immerhin ein bisschen was. Ja, Leder brauche ich jetzt als Barbar eigentlich nicht, weil ich habe ja eigentlich meine Rüstung. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ja, Knochen packe ich auch nochmal ein. Entschuldigung noch dazu, weil die Knochen, die kann man nämlich tatsächlich verwenden, habe ich inzwischen rausgefunden, um den Wolf zu zähmen. Und das ist ziemlich gut, weil der kämpft nämlich dann auch in den Endergames genauso wie in einem normalen Vanilla-Minecraft für einen mit. Und wenn man eben jemanden angreift, dann greift er den auch an und so. Es ist jetzt nicht so wie beim Polizeikid, wo der, glaube ich, sogar unverwundbar ist oder wiederkommt oder so, wenn er mal getötet wurde. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie das beim Polizeikid funktioniert. Aber es ist schon praktisch. Also es ist was, was mir hilft und es ist auch definitiv was, wo man vielleicht eben auch wirklich was damit reißen kann, sag ich mal. Also so ein zusätzlicher Wolf, der ist schon nicht von der Hand zu weisen. Also der kann einem was bringen, wenn man den findet. Aber dazu braucht man natürlich irgendwie einen Schneebiom oder einen Wald, wo es den rein zufällig gibt. Aber ich habe es eben schon geschafft, einen zu finden und deswegen oder auch mehrere. Und deswegen schauen wir mal, ob wir da von den Jungs einen kriegen. Zum Thema, was ich für ein Kit habe und so, wollte ich gerade noch sagen. Ich bin wieder Barbar und ich habe das jetzt in letzter Zeit auch öfters gemacht tatsächlich, dass ich Barbar genommen habe, weil das schon wirklich, wirklich einen deutlichen Unterschied für mich gemacht hat, oft am Anfang, dass ich eben die Rüstung hatte. Anfangs dachte ich so, Barbar, ja, das ist so ein Noob-Kit oder so. Und das ist es natürlich auch. Aber ich bin ja auch der Vollnoob, insofern passt das halt für mich wahnsinnig gut. Okay, Glück gehabt, da bin ich jetzt aus dem Kampf rausgekommen. Das war wahrscheinlich meine letzte Rettung. Okay, jetzt hier die nächsten Blöcke 72. Da kommt jemand relativ schnell anscheinend auch auf mich zu. Ah, und da war wieder die Weltgrenze. Dammit. Na gut. Ui, ein Goldapfel. Na, das ist ja klasse. Okay, okay, okay. Sehr schön. Was ich jetzt eben noch sagen wollte war, ich habe, ah, sehr gut, der ist stehen geblieben anscheinend oder so. Ich habe jetzt eben auf jeden Fall mal versucht, auch weiterzuspielen, obwohl ich am Anfang nicht so viel Erfolg auch hatte, sage ich mal. Aber es macht trotzdem eine Menge Spaß hier bei den Endangames für mich, finde ich, weil es halt doch so abwechslungsreich ist auch. Und es ist eigentlich eine Kombination von lauter Sachen, die ich alle nicht kann. Also man muss schnell craften, das kann ich nicht, da drücke ich oft daneben. Man muss schnell aus Kisten rausnehmen, das kann ich nicht, da drücke ich oft nicht, die Sneak-Taste zum Beispiel. Man muss ganz schnell irgendwie kämpfen können, das kann ich überhaupt nicht. Also PvP ist ja allgemein nicht meins. Aber in dieser Kombi gibt es tatsächlich Leute, die noch schlechter sind als ich. Und das ist das, was mich so ein bisschen aufbaut, glaube ich. Und deswegen, also zum Beispiel der jetzt, der da nur wegrennt vor mir, zum Beispiel mit Speed anscheinend. Keine Ahnung, was der da macht, der scheint gar nichts zu haben. Aber ich will jetzt einfach mal den Kill. Komm, komm, komm. Ja, oder auch nicht. Manchmal erwischt man die halt dann auch nicht so leicht. Ich habe jetzt zum Beispiel eben keinen Speedblock gehabt oder so. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Ich habe ja ein Dia-Schwert und eine ganz gute Rüstung. Da macht es eigentlich schon Sinn, auch an dem dran zu bleiben, selbst falls der teleportiert wird oder so. Und dann jemand anders kommt. Aber ich glaube, ich kann den eigentlich erwischen, wenn ich mich jetzt mal bemühe. Und der nicht weg-teleportiert wird. Was ja aber durchaus sein kann, okay, jetzt bin ich weg-teleportiert worden. Ich glaube, ich bin an seine Position teleportiert worden. Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, wer auch immer da noch da ist, ist zu weit weg, als dass ich ihm hinterherrennen könnte. Sinnvoll. Ja, also wie gesagt, die Endergames gehen schnell. Es ist immer wahnsinnig abwechslungsreich. Ich werde auch ganz oft immer noch am Anfang abgefarmt, weil eben jemand dem Letzt geschrieben hat, hey, du bist ja schon fast der Pro. Ich zeige euch nicht wirklich jede Runde, weil manche sind echt nicht spaßig zum Zuschauen. Hey, sehr gut. Da ist ja ganz viel abgefallen. Da ist doch sicher auch was für mich dabei. Da gucke ich doch jetzt mal. Leute, schaut mal. Sehr schön. Okay. Ich könnte, was könnte ich denn brauchen? Die Schuhe auf jeden Fall. Und ja, toll. Okay, dann bin ich jetzt schon wieder eine Position weiter. Und toll, das war auch schon wieder die Weltgrenze. Am Rand finde ich es immer so ein bisschen schwierig, das zu sehen oder zumindest öfters mal schwierig, das zu sehen, weil es halt doch so ist, dass man auch diese Partikelzeichen bekommt, wenn man eben teleportiert wurde oder wenn da eine Kiste ist. Und manchmal kann ich das nicht so richtig auseinanderhalten. Vielleicht, falls ihr da einen Tipp für mich habt, wäre ich auch noch ganz dankbar. Ich habe auch schon super Tipps von euch bekommen. Ganz lieben Dank dafür. Zum Beispiel, wie ich besser mein Inventar aussortieren kann. Dann bitte entschuldigt, falls ich es noch nicht immer perfekt mache, sag ich mal. Was ich manchmal auch noch versuche, ist, dass ich es eben dann in Kisten reintue. Jetzt ist aber hier zum Beispiel auch die Kiste, glaube ich, wieder verschwunden. Nee, die ist da oben. Die war gar nicht hier unten gestanden. Das habe ich jetzt verwechselt. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich mir mal was Neues bauen noch. Was habe ich denn? Den Goldhelm habe ich auf jeden Fall auch noch. Und das Schwert kann ich auch nicht brauchen. Es ist schon immer so eine Sache, wenn da das Inventar so voll ist. Und ja, ich weiß, ich sollte lieber die Sachen mit der Taste rauswerfen. Das geht schneller. Aber ich bin da irgendwie manchmal nicht so ganz koordiniert. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Okay, da bin ich wieder relativ weit weg von dem. Das ist eine ganz gute Gelegenheit, jetzt vielleicht auch noch mal was zu craften. Das sollte ich doch jetzt vielleicht mal machen. Was haben wir denn da? Wir können eine Hose bauen. Das ist doch ganz gut. Dann haue ich mir die schon mal rein. Dann habe ich eine Dia-Hose. Die schützt mich doch schon mal ganz schön. Dann kann ich den Crafting-Table auch stehen lassen, weil ich habe ja jetzt genügend. Da hinten rennt einer. Okay, der scheint so auch der nächste von mir aus hier zu sein. Vielleicht können wir uns den ja holen. Das wäre doch mal ganz nett. Probieren wir doch einfach mal. Wo ist er denn? Also genau, als Barbar wollte ich noch sagen, das ist halt so ein bisschen dieses Noob-Teil, sage ich mal, dass man da als Barbar einfach durch die Gegend heizt und besser gerüstet ist als die anderen. Ah, die gehen da aufeinander. Das ist natürlich eigentlich sehr, sehr gut für mich auch. Wenn die sich da gegenseitig zerfleischen, dann ist das schon mal zu meinen Gunsten, würde ich sagen. Jetzt gucke ich mal. Vielleicht kann ich mir den dann... Ja, schön, jetzt hat es mich wieder mit dem anderen getauscht anscheinend. Ich dachte, ich könnte mir den da unten im Wasser holen mit dem Goldapfel, aber das sah jetzt nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf die Schnelle wieder finde. Der scheint irgendwie komisch zu laufen oder... Hä? Ah, ich habe zwischendurch anscheinend den anderen nochmal getrackt. Na gut, jetzt schaue ich einfach mal, was ich hier noch so einsammeln kann. Ähm, ja, gut. Ich hätte aber noch diese lustige Absorption, aber ich glaube, ja, die wollen irgendwie alle nicht zu mir. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin doch so nett. Warum wollt ihr nicht zu mir kommen? Naja, egal. Ähm, gut, ich wäre auch nicht nett zu denen, wenn sie jetzt kommen würden. Oder ich würde zumindest versuchen, nicht nett zu ihnen zu sein. Oft schaffe ich das ja dann gar nicht so und bin dann trotzdem nett und stehe da und lasse mich einfach erschlagen oder so. Das passiert schon öfters auch. Also, ich kann das noch nicht alles richtig gut, sage ich mal. Ähm, da gibt es sicherlich noch eine Menge Verbesserungspotenzial. Okay, was habe ich denn da? Okay, da ist ein Bogen. Bogen habe ich selber. Oh, ist da, da drüben ist der. Okay, okay, okay. Gut, aber der hat mich jetzt auch schon wieder bemerkt anscheinend. Aber vielleicht kann ich mir den trotzdem jetzt holen. Na, komm, 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 komm. Ah, Mann. Ah, so knapp, so knapp, so knapp. Ah, schade. Ach so, das war jetzt schon das Ende? Ich habe gedacht, da war noch einer. Ah, okay. Dann hänge ich jetzt, denke ich, noch eine Runde dran, weil das war jetzt doch ein bisschen, äh, kurz und leider doch nicht so actionreich. So, willkommen zur zweiten Runde. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben, weil, äh, ja, genau, ich möchte euch eigentlich schon gerne noch ein bisschen mehr zeigen, was ich hier kann. Vor allem, nachdem die Kämpfe in der letzten Runde für mich ja eigentlich nicht so richtig gut ausgegangen sind. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Kill gemacht. Ähm, muss es jetzt nochmal vielleicht nachgucken, wenn ich dann die Aufnahme anschaue. Aber ich, ja, wie gesagt, sehr schön, wenn mir einer in den Weg springt, dann kann ich auch nicht in die Kisten gucken. Okay, ich habe mir einen Knochen geholt, das ist schön. Ich finde das auch sehr witzig, hier oben bei den Kisten gibt es so Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr Ender Games spielt, die hüpfen auf die Kisten. Und die setzen dann, glaube ich, irgendwie in den Wasserblock anstelle der Kiste. Ich weiß nicht, was das für ein Kit ist, das das kann. Aber ich hatte es jetzt tatsächlich schon mehrfach, dass da auch oben Kisten verschwunden sind, bei der Position, wo man sich die, ähm, Sachen nehmen kann. Weil eben jemand da drauf stand und irgendeine Aktion gemacht hat, so wie das aussah. Okay. Und dann gibt es natürlich immer noch die spaßigen Leute, die einem vor der Nase rumhüpfen, während man da versucht, was aus der Kiste rauszunehmen. Und nicht zu vergessen, die spaßigen Leute, die einen teleportieren, während man craftet mit einem Schneeball oder so, dass sie sich tauschen mit einem zum Beispiel. Oder auch die Leute, die die tolle Idee haben, dass sie einem vor der Nase rumtanzen, während man craftet, sodass man nichts mehr sieht, wenn man noch nicht direkt im Crafting-Inventar ist. Also es gibt schon auch, sag ich mal, ein paar, äh, ja, Dinge, die für mich persönlich auch ein bisschen schwieriger zu handeln sind. Ich habe mich da dann auch schon manchmal richtig direkt am Spawn erschlagen lassen von Leuten, die mich da nervös gemacht haben. Wenn ihr sowas machen könnt, also wenn ihr das drauf habt, dass ihr da Leute nervös machen könnt, kann ich euch das nur empfehlen. Ich lasse mich da meistens tatsächlich reinlegen, muss ich sagen. Also, ähm, ja, genau. Ist, äh, zwar nicht besonders fair, sag ich mal, in dem Sinn, aber man muss ja vielleicht auch alle Vorteile nutzen, die man hat. Und wenn es einen sowieso jetzt irgendwie, wenn man oben nichts erwischt hat oder so, dann kann man vielleicht immerhin noch die anderen ärgern. Oder wenn man nur drei Schneebälle gekriegt hat. Oder vielleicht sogar den Dierschwert abstauben, während die es craften oder so. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich mein Dierschwert verloren habe in jemanden. Das war jetzt aber einfach nur, dass ich einen Schaden gekriegt habe. Ich weiß gar nicht, wodurch tatsächlich. Ich dachte jetzt zuerst, da wäre jemand gewesen. Aber, nee, da ist nur jemand in der Nähe. Wo ist denn? Ah, okay. Jetzt bin ich anscheinend schon wieder mal an der Weltgrenze gelandet, wenn das nicht ganz die andere Grafik ist. Okay, interessant. Aber anscheinend ist trotzdem noch jemand so richtig in meiner Nähe. Der wurde vielleicht mit mir getauscht. Ich war doch hier irgendwo, gell? Jetzt schaue ich mal. Ich bin gespannt. Ja, also genau. Die Ender Games finde ich eben, wie gesagt, nach wie vor, obwohl ich nicht immer total abräume oder so, sehr, sehr spannend. Weil man halt doch immer was anderes erlebt. Selbst wenn man die Bereiche schon so ein bisschen langsam kennt. Ich kenne es jetzt hier auch schon leicht, sage ich mal. Aber es ist trotzdem, finde ich, schon so, dass man eben, auch wenn man sich auskennt, immer noch wieder Überraschungen erlebt in Hülle und Fülle. Nicht alle sind positiv, aber manchmal dann eben doch. So, jetzt habe ich immerhin ein Eisenschwert. Das ist doch schon mal ein Pluspunkt. Und, okay, jetzt habe ich mal den Crafting Table stehen lassen müssen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Allerschrecklichste, was einem passieren kann. Dias fallen lassen zum Beispiel, während man irgendwie hin und her gebeamt wird, ist wesentlich schlimmer. Ich sage übrigens immer Beamen. Ich habe anscheinend als Kind so viel Raumschiff Enterprise geguckt oder so. Hier sagen die ja teleportieren, nicht wahr? Okay. Also, jetzt schauen wir doch mal, was hier noch so geht. Mr. Noobcraft 7. Ah, oder Frau Noobcraft 7. Je nachdem. Wer weiß. Kann ja auch sein. Schaue ich mal. Ich finde es sowieso immer ganz witzig. Es sind relativ wenige Spieler mit weiblichen Skins. Und oft habe ich dann auch den Eindruck, das sind vielleicht Frauen, aber man kann es ja gar nicht so wissen. Ich kenne tatsächlich einen Spieler, der selber eben sagt, er spielt eigentlich immer Frauen-Skins, weil, oder eben auch Frauen-Namen oder so bei Rollenspielen. Und auch eben bei sowas wie Minecraft spielt er jetzt nicht. Aber würde er sicherlich, auch wenn er hier spielen würde, so machen, dass er dann eine Frau quasi spielt, sozusagen. Weil er sagt, da wird man immer besser behandelt oder unterschätzt. Und das findet er super. Hey, Schärfe ist sehr gut. Dann ist das Schwert schon mal besser als ein Dierschwert. Also als ein unverzaubertes Dierschwert zumindest. Ist doch auch schon mal was. Nicht schlecht. Dann gucke ich doch mal. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Regenerationstrank ja hier was machen. Wenn ich mich jetzt hier in den Kampf stürze. Ja. Oder auch nicht. Irgendwie läuft der schon wieder vor mir weg, oder? Nee, jetzt kommt er wieder näher. Oder zumindest nicht weiter. Doch. Okay, der möchte mich nicht treffen, scheint mir. Und ich bin da öfters mal ein bisschen zu lang, um dann hinzukommen. Da habe ich so den Eindruck. Oh. Hey, cool. Was? Ich habe den Maultierhund getrackt. Der ist ganz nah. Und... Nee, jetzt ist der Weihnachtsmann näher. Okay. Wo ist der Weihnachtsmann? Äh. Hm. Okay. Keine Ahnung. Ah. Oh. Hä? Der scheint aber auch von mir wegzulaufen. Na gut, dann habe ich wohl meinen Regenerationstrank leider ein bisschen verschwendet. Fürchte ich. Die Sachen, die ich jetzt bekommen habe, die bringen mir eigentlich auch nichts. Ich habe eigentlich immer noch nur so die Sachen von Anfang, sage ich mal, bis auf das Schwert und den Goldapfel. Oh. Na gut. Bin ja mal gespannt. Dann mache ich mir auf jeden Fall mal noch einen Goldapfel. Das ist in jedem Fall eine gute Sache. Okay. Jetzt wurde ich nochmal mit jemandem getauscht. Oh. Da dann manchmal auch keine Skrupel, jemanden so knallhart abzustauben, wenn der mich nicht gesehen hat oder so. Weil es ist einfach echt so. Man muss da oft, finde ich, jeden Vorteil nutzen, den man haben kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das jetzt unfair fandet oder so. Aber ich muss sagen, ich finde, ja, ich kann es eigentlich gar nicht wirklich anders machen. Ja, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu eine Meinung habt, wie ihr da vorgeht, ob ihr da fair seid zu den Mitspielern, ob ihr da irgendwie versucht, denen eine Chance zu lassen, wenn die euch noch nicht sehen können oder so. Aber ich muss sagen, ich habe da tatsächlich hier bei den Ender Games einfach in der Hinsicht gar kein Gewissen und bin auch oft viel zu entsetzt oder so, wenn was passiert. Jetzt gerade nicht so. Ich habe es schon gemerkt, dass der mich anscheinend nicht bemerkt hatte, aber ich habe da auch oft tatsächlich kaum ein Gewissen und merke es gar nicht richtig, dass die anderen mich eben nicht bemerkt haben. Und Junge. Aha, okay. Der hat mich anscheinend auch nicht gesehen. Vielleicht backt es einfach gerade allgemein ein bisschen. Es kann jetzt natürlich auch sein. Okay, dann mache ich mir doch mal jetzt auf jeden Fall mal einen Tisch und versuche mir was zu basteln. Was kann ich denn auf jeden Fall noch brauchen hier? Es ist immer, wenn man so viel komisches Zeug auch mit im Inventar hat, dann tauscht man da sich einen Wolf. Ich finde das gerade nicht so günstig tatsächlich, aber bitte sieht es mir nach, wenn ich das nicht so gut mache. Ich bin da wirklich, wie gesagt, leider recht lahm und ein bisschen lernbehindert. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Vielleicht darf ich mich da drauf nicht rausreden, sondern sollte gefälligst mal gescheit üben. Aber jetzt gerade ist es einfach sehr schwer unter Druck, muss ich sagen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Das, okay, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Was, auch nicht, alles klar. Hier Pfeile. Nein, ist auch nichts Gescheites. Ja, aha. Naja, dann versuche ich doch mal da unten alles möglichst zu verbrennen. Und hier haben wir anscheinend noch ein... Ah, okay. Gut, ich habe schon gedacht, da steht einer verdeckt. Wow, okay. Der Weihnachtsmann, der scheint hier immer auf diese Türme zu klettern oder die zu bauen. Das ist ja übel. Ha, okay. Okay, ähm, das ist noch eine Sache, die fällt mir gerade ein. Ist euch eigentlich schon mal passiert, dass ihr von so einem Turm runtergefallen seid und dann hat ein Spieler den Kill bekommen, obwohl ihr gestorben seid? Das ist mir nämlich schon ein, zwei Mal passiert. Und ich habe den Verdacht, dass das irgendwie quasi in Ordnung ist, hier Fallen zu bauen, wenn man eben hier so oben ist, weil das zählt anscheinend als Kill für Leute. Also die kriegen den Kill, wenn man da oben auf einem Turm landet, den sie gebaut haben. Und man kann dann da eben, wenn man runterfällt, also ich rede gerade wieder Stuss, aber ich versuche mich auch gerade zu konzentrieren. Ähm, wenn man da runterfällt von dem Turm, den jemand gebaut hat, ist es anscheinend so, dass es für denjenigen, der den Turm gebaut hat, als Kill zählt. Und das finde ich so ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach jetzt, naja, egal. Äh, ja. Und ich sehe schon, das Zeug fällt mir sowieso alles wieder zu ins Inventar. Das bringt es gar nicht so richtig, das hier rauszuwerfen. Ich versuche es halt trotzdem nochmal, damit das Inventar einfach nicht immer so vollgemüllt ist. Weil das halt dann doch schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Okay, ich sollte ein bisschen was zu essen, glaube ich, auch in der Leiste lassen. Ist halt jetzt die Frage, den Bogen, der ist jetzt eh nicht so der Brüller oder, hm, weiß nicht. Nee, ich versuche es doch mit dem Bogen. Das TNT ist was, womit ich eigentlich überhaupt nicht umgehen kann. Und dann gucke ich mal, der ist jetzt wieder ewig weit hier weg. Dann würde ich mal gucken, ob ich mich ein Stück näher teleportieren kann einfach. Ah, jetzt würde ich sowieso getauscht. Na, das hat sich ja mega gelohnt. Okay, gut. Na dann. Äh, hä? Was war das? Äh, keine Ahnung. Verspäteter Schaden jetzt erst durch vorhin Teleport mit der Enderperle oder sowas? Kriege ich den dann? Okay, ich dachte, ich wäre gar nicht mehr angekommen, aber sei es drum. Naja, dann schaue ich jetzt einfach mal, dass ich dazu jemanden finde. Okay, ähm, mhm, der will mich aber anscheinend nicht finden. Der hat sich schon wieder mehr entfernt von mir. Hm. Na gut, okay. Haha. Ja, ich laufe hier auch, glaube ich, so ein bisschen im Kreis oder so, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube, der läuft schon auch mit Absicht so, dass ich dem gerade nicht näher komme. Dann gucke ich vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen rum. Ah! Ja, schön. Das ist schon wieder so ein tolles Türmchen, ha? Okay. Ja, hm. Na gut, aber eigentlich ist am vernünftigsten, ich gehe runter und suche noch ein paar Kisten ab, wahrscheinlich. Dann kann ich mir da vielleicht noch irgendwas zusammensuchen. Beziehungsweise hier kann ich ja verzaubern. Sehr gut. Da habe ich schon mal ein besseres Schwert. Das ist doch sehr sinnvoll. Und jetzt gucke ich mal, was da noch so geht. Da standen doch einige Kisten. Da dachte ich, von oben habe ich mehrere gesehen. Aber manchmal sind die ja dann auch recht schnell wieder weg. Ich habe aber gedacht, ich sehe da welche. Hm, komisch. Na gut. Okay, hier ist schon wieder Weltgrenze, wie es ausschaut. Dann versuche ich es einfach mal in die andere Richtung. Okay, da komme ich auch diesem Typen ein bisschen näher. Ah, okay. Ich glaube, da dachte ich vorhin, das wäre eine Kiste. Das ist aber anscheinend eine Werkbank. Und ich sage schon die ganze Zeit, okay, kann das sein? Ich bin ein bisschen durch den Wind, scheint mir. Naja, gut. Gut, ich schaue jetzt auf jeden Fall mal, wo der Kerl sich rumtreibt. Vielleicht komme ich dem ja doch noch näher. Hm, oder auch nicht. Jetzt scheint er wieder Abstand gewinnen zu wollen. Oder er ist einfach hinter dem anderen hier. Das kann ja auch sein, dass er versucht, den anderen zu verfolgen. Ich glaube, wir sind nur noch zu dritt oder so. Versucht er vielleicht, an den ranzukommen. Okay, Eisen ist schon mal gar nicht schlecht. Kuchen. Ja, Brustpanzer wäre cool. Aber dafür fehlt mir halt noch eins, ne? Dann könnte ich mir einen basteln. Sehr gut. Schön, schön, schön. Dann... Ah, okay. Ich habe jetzt gar keine Werkbank mehr oder so, ne? Ja, dann muss ich mir einfach Holz farmen, denke ich. Das hat ja keinen Zweck. Wenn ich mir eh nichts craften kann, dann brauche ich hier nämlich auch nicht rumlaufen eigentlich. So, 70 Blöcke. Okay, dann würde ich jetzt vielleicht sogar eher in den Kampf gehen. Ah, wobei. Ah, schöne Dinge. Hm. Und jetzt geht er wieder weg. Jetzt kommt er wieder näher. Das ist echt eine Sache. Ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal, mir was zu machen. Okay. Schuhe. Und... Eine Rüstung wäre cool. Aber da kommt er schon. Damit hätte ich andersrum machen müssen, gell? Na gut. Ist egal. Ich packe mir den jetzt. Ich hoffe, ich kann ihn packen. Ich habe ja den Apfel gegessen. Und... Ja! Ja! Schön! Okay! Sehr nett. Dann habe ich zumindest von ihm jetzt relativ viel Krempel bekommen. Aha, der hat anscheinend ganz viele Wurftränke auch. Okay, noch ein verzaubertes Schwert. Dierschwert. Ich habe sogar noch Diers hier liegen anscheinend. Ja. Okay, aber auch vier. Und... Ah! Okay. Ja, gut. Dann bin ich jetzt hier oben erstmal quasi in Sicherheit. Kann mir was bauen vielleicht. Okay. Vorsichtig. Bloß nicht runterfallen. Nicht, dass der jetzt hier den Kill bekommt. Das würde mich nämlich schwer ärgern, muss ich sagen. Puh! Okay. Okay, dann habe ich hier jetzt den Brustpanzer. Den kann ich raustun. Zack! Und ich bin mir jetzt zwar gar nicht sicher, ob jetzt die Eisenhose einen höheren Schutz hat. Aber ich mache sie mir einfach mal so fürs gute Gefühl. Die Goldschuhe brauche ich auch nicht mehr. Und was haben wir denn noch? Eigentlich... Ja, das Dierschwert ist Quatsch. Habe ich schon. Und jetzt... Ah! Gut, dass ich nicht die Goldäpfel noch schnell gemacht habe. Ach Mensch! Der ist 250 Blöcke weg. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Okay. Der ist wirklich weit weg. Dann mache ich mir mal noch Goldäpfel. Was ist jetzt los? Der Server startet. Wieso startet der Server neu? Das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Hä? Ach, der ist rausgegangen oder was? Äh... Okay! Dann habe ich wohl meinen ersten Sieg eingefahren, ohne einen Endkampf zu machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin jetzt... Ähm... Ja... Ich sag mal, es war trotzdem cool, dass ich gewonnen habe. Und es freut mich. Ich finde es ein bisschen schade, dass es kein Deathmatch gab, weil ich glaube, das hätte ich locker gewonnen. Und dann bis demnächst. Und gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und tschaui! Tschaui!